Gossenpoeten, Tourtagebuch in jener Nacht, Tour 2019, Wochenende 1. Tourvideo Gossenpoeten, das ist wie die dritte Folge von Game of Thrones. So, Edza, ist ein wenig besser. Man sieht nichts. Ja, nur in der Nacht. Wie steht das auf meiner Brille hier? Boah, geil ey. Das ist so. Wir sind hier gerade am Proberaum. Hallo. Nicht an unserem. Ja. Und gleich kommt hoffentlich der Bus, der es holt. Ist das hier ein Stasi-Wüffel oder was wird das? Wenn nicht, dann stehen wir noch eine Weile hier und gehen dann irgendwann wieder heim. Und dann gibt es keine Tour. Man wird bitte... KEINE TOUR! Nein! Hui! Hier sehen Sie einen Wanderfogel beim Ausladen. Ja, beim Ausladen. Zum Glück habe ich gerade wieder hoch mit der Kamera. Ha, 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 ha. Im Elfenwald ein Musketier wollte Herzen erobern. Mach Ruhe. Ich? Ja. Ich höre den Mann da hinten zu machen. Ich höre den Mann da hinten zu machen. He he he. Den Mann. Das hat er den Musketier ganz schön rasiert. So hört nun, was wir euch erzählen. Von den Reisen um die Erdenscheibe. Wir sind von gestern und morgen. Wir sind von gestern und morgen. Instrumenten, Bagger und Poeten. Erzähl von Westen und Sagen. Auf die Feuerdacht. Im Sorgen und Süden. Im Osten und Westen geben wir Geschichten zum Besten. Wir sind großen Poeten. Die Dichter der Straße. Die Dichter der Straße. Wir sind großen Poeten. Die Helden der Welt. Vor mir sehen Sie einen Zauber, den Käpt'n Lauchbart. Hier im Bauhaus. In der Duschenerteilung. Ja. Porzellanerteilung. Und ich habe auch eine Duschlampe gefunden. Und wir haben auch einen in die Keramik gesetzt. Ja. Der Morgenschiss kommt ganz gewiss. Und wenn es erst am Abend wird. Wir sind von gestern und Süden. Im Osten und Westen. Geben wir Geschichten zum Besten. Wir sind nah am Volk. Nah am Volk. Hey! Ich sitze hier in meiner Taverne. Und trinke mein drittes Bier. Ich sitze hier in meiner Taverne. Und trinke mein drittes Bier. Hallo. Kaya! Es ist sehr früh. Es ist sehr früh. Wo sind wir? In Dresden. Wie heißt der Laden? Schweine. Yeah. So geil. Wir haben die nächsten beiden da. Darian. Guten Morgen. Ich bin Darian, der Schläfer. Der Schläfer. Wie geht's dir? Ich bin ein wenig leid. Gibt's mir so. Und der Käpt'n Lauchbart? Ich seh total scheiße aus. Hallo. Ich hoffe, ich singe wie in der Mütze aus. Die Helden der Welt. Was ist die Fläulunger? Na, 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 na mein Haus. Amlegen sonst sitzt der Berni und wohl verblicken lehnt. Doch als er seinen Körper hoch konnte er nicht verstehen. Der Jürgen wollte ihn halten und stand nach vorn zu liegen. Dabei griff er die Tischleckereck und langete auf Jasmin. Die Wachter war in ihr Glas und es sandete auf mir. Ich sitze hier in meiner Taverne und trinke mein erstes Bier. Ich sitze hier in meiner Taverne und trinke mein erstes Bier.